In diesem Jahr hat auch Edra Dauer eine Halloween-Abfüllung rausgebracht und zwar ein Balächeln, einen 13 Jahre alten Balächeln, 666 Flaschen und wir schauen uns das Ding jetzt gleich mal da im Intro an. Das sieht auf jeden Fall schon mal so von der Verpackung hier cool aus. Aber mal gucken, ob das Ding auch schmeckt, ne, weil viel Rauch, da stehen wir ja drauf und Balächeln macht man eigentlich nie was mit falsch, deswegen mal schauen. Schön dranbleiben, nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z, ich bin heute wieder bei Edra Dauer unterwegs, habt für euch ein Balächeln und zwar einen 13 Jahre alten, der exklusiv für Halloween abgefüllt worden ist. Davon gibt es insgesamt 666 Flaschen, wer hätte es gedacht, abgefüllt mit 46,6% und preislich liegen wir hier bei 84,90 Euro UVP, also so um den Dreh und ihr seht schon, sehr hell das Ding und bin sehr gespannt. Das nennt sich übrigens hier, ich hab mal ein bisschen näher ran, Trick or Pete. 13 Jahre alt, für Halloween 2024, mal schauen, mal schauen, was das Ding kann. Ist auf jeden Fall jetzt nicht ganz so ein Marketingopfer wie andere Bullets, die dieses Jahr zu Halloween rausgekommen sind, aber wir schauen mal. Wir schauen mal, ob uns der geschmacklich gleich zusagt und ob das ein guter Kauf ist oder nicht. Ich finde auf jeden Fall krass hell. Wer übrigens nicht weiß, was Balächeln ist oder Balächeln oder Balachin oder was weiß ich, wie man da richtig ausspricht, das ist ein stark rauchiger Whisky von der Edra Dauer Brennerei. Wird mit 50 ppm, glaube ich, hergestellt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, gibt richtig geile Abfüllungen davon, muss man wirklich sagen. Also, der 19 Jahre alte Manzanilla, das ist ein Gedicht, muss man wirklich sagen. Absolute Hammer, kostet zwar 200 Euro die Flasche, aber das ist ein richtiges Brett. Deswegen, wir schauen mal, es gibt ja von Balächeln auch eine Standardabfüllung. Zehn Jahre alt, kostet keine Ahnung wie viel, 40 Euro, keine 50 Euro. Und der Paar hat auch 46 Prozent, warum soll ich dann für drei Jahre mehr? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen, da muss ja schon eine ganz besondere Abfüllung hier sein. Steht ihr überhaupt bei, welche Fässer das sind? Das kann man echt schlecht lesen, ne? Ne, steht nicht drauf, was für Fässer. Ne, nur 666 Haunted Bottles. Und da steht ihr nicht drauf. Naja, wir lassen uns überraschen. Vermutlich Ex-Bourbon. Egal, Nase rein, los geht's, genass. Hm. Ich habe jetzt leider gerade keinen Vergleich da, aber ich würde jetzt schon mal so pro forma sagen, erinnert mich auch sehr an den Standard-10er. Der hat so eine leichte, jodhaltige Ananas, würde ich sagen. Also ich habe einen richtig krassen Ananas-Moment dabei, aber der hat halt so was Maritimes, jodhaltiges. Das ist so ein bisschen so, es könnte auch eine Ananas sein, die bei LaFroig gewesen ist, ne? Also die Ananas war erst bei LaFroig und ist dann zu Balechin gekommen oder zu Edwardau gekommen. Und deswegen hat die so einen maritimen Charakter. Richtig Rauch in der Fresse habe ich hier nicht. Man merkt, okay, da könnte Rauch sein, aber es ist jetzt nicht so, ich würde sagen, yo, das catcht mich jetzt total vom Rauchcharakter. Mal kurz den Handrücken-Test. Ja, auf dem Handrücken würde ich jetzt schon fast behaupten, hasse auf jeden Fall Rauch, aber auch nicht so intensiv. Ja, desto trockener das wird auf dem Handrücken, desto mehr kommt der Rauch durch. Aber es ist eher so ein Tabakrauch, so ein aschiger Rauch, eher so in die Richtung, vielleicht so ein Aschenbecher, wo du gerade deine Zigarre abgeascht hast, irgendwie so in die Richtung geht das. Aber es ist nicht so intensiv rauchig, wie ich mir das vielleicht vorstellen würde. Also, ne, wie ich es im Kopf habe, wenn ich ein Balletchen im Glas habe, sagen wir es mal so. Aber was bleibt ist die jodhaltige maritime Ananas. Die ist auf jeden Fall noch da. Sehr maritim finde ich den. Wirklich, könnte ein Isla-Whisky sein eigentlich, von der Nase schon bald. Aber halt mit wenig Power. Dahinter, wenn du ein bisschen dahinter steigst, kriegst du ein bisschen so ein Barbecue-Moment, so ein bisschen so Barbecue-Soße, diese Speckchips, irgendwie so in die Richtung, das kommt auch noch mit durch. Aber das war es dann auch, ne? Also, viel mehr passiert da eigentlich auch nicht. Naja. Es hilft ja nichts, ne? Also, auf euch her. Happy Halloween. Skolkinast. Ja. Schmeckt auch wie der Zehner. Ja, ganz ehrlich. Also, ich habe einen rauchigen Whisky, der nicht von Isla kommt, der schmeckend Hustet. Habe ein bisschen fruchtige Noten, ein bisschen Zitrone, ein bisschen diesen Ananas-tropischen Früchte-Moment. Aber alles sehr gediegen. So, nicht so, ja, da bin ich, sondern es ist eher so ein gemütlicher Trink-Whisky. Also, auch hier wieder. Schmeckt geil. Kann man nicht anders sagen. Aber, die Frage in meinem Kopf ist, brauche ich den? Und da würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, kauf dir lieber den Standard-10er. Der kostet auf jeden Fall weniger und da hast du ein sehr ähnliches Profil. Ich finde, ich merke hier keinen krass großen Unterschied. Nach dem Probieren ist die Nase komplett tot bei dem Whisky. Kriegt so einen ganz leichten grünen Paprika-Moment noch mit dabei, aber viel mehr auch nicht. Probier mal einen Schluck. Ja, wie gesagt, ist okay, schmeckt angenehmer, rauchiger Whisky, aber ganz ehrlich, so eine Halloween Edition, braucht man meiner Meinung nach nicht zwingend. Ich würde sagen, wenn du dir den 10er-Standard oder generell den Standard-Ballächeln holst, bist du damit auch gut bedient. Wenn du aber die Flasche geil findest und so ein Marketing-Opfer wie Friendly Mr. Z bist, hallo, dann würde ich sagen, kann man sich die Flasche auf jeden Fall mitnehmen, wenn man die dekorativ schön ins Regal stellen will. Vor allem mit der Dose, die sieht ja auch noch so aus, ne? Also guckt hier mit der Dose. Aber würde ich jetzt sagen, muss ich 35 Euro oder 40 Euro mehr für die Budel ausgeben. Der Meinung bin ich, muss man nicht. Also von daher, wie gesagt, schmeckt lecker, kann man nichts für falsch machen, ist okay, aber ist für mich auch so eine Budel, die man einfach nicht braucht. Außer, wie gesagt, du willst, oder du sammelst in der Dauer oder du brauchst einfach eine coole Halloween-Flasche, die cool im Regal aussieht und die man einfach easy sippen kann, denn dafür ist der super. Kann ich eigentlich anders sagen, aber wie gesagt, ist halt so was, kriegst du auch bei anderen Abfüllungen, die halt die Hälfte vielleicht nur kosten oder so. Also von daher, kann man machen, muss man aber nicht, kriegt vier Daumen hoch, grundsolider Whisky, also von daher, machst du nichts mit falsch. Jut, Kinnas, falls ihr da Dinge hier schon im Glas hattet und probiert habt, Feedback gerne in die Kommentare, Like da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn ich hier wieder Whisky für euch verkoste. Bis dahin, euer Friend die Mr. Z.